Wir sitzen vor dem Demizil und da ist gleich ein Jazzclub mit Openerband. Ich studiere an der Volkwang Jazzklavier und spiele hier heute den Session Opener mit Anna im Duo. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, es ist halt sehr viel Verantwortung. Es ist nicht nur ein Opener, es ist halt für die Ukraine. Das geht mir sehr nah als Ukrainerin natürlich. Ja, wir hoffen das Beste. Wir gehen heute für den Frieden. Das liegt mir sehr am Herzen. Das ist einfach eine Freude, ein Highlight der Woche für mich. Montagsabends ist immer schön. Ja und heute ist auch die letzte Session, sprich danach geht es in die Sommerpause. Jeden Montag trauern, dass es nicht mehr Jam Session ist. Es hat sich gesagt, Freude das nicht mehr genäß daran verabreden. Vielen Dank.